Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und rot-weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh, ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mehr Feierabend? Ah, die lutscht es lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Das sagt gerade der Re... Okay, I think I have to say sorry for what happened. I'm sorry. I don't believe you. Come on. Out front is our housewarming party. Your party. blüheft das mit dem. Geld? Gält. Ulan Westholl-Echeck ne yapıyor lan burada? He? Bu Chanta ne? Mike nerde? Adam Chantay getecekti von hier? Apia, Sarchuk Aurello Sada Sarkar Sarkar Sarkar